ja seid ihr schon im spiel oder wie oder was bitte nur eine antworten ich werde es umgebracht ich bin hexa juhu was was kurzes recap ja mal kurz ne kurzfassung ganz kurz es gibt dorfseite es gibt wehrwölfe wehrwölfe will die dorfseite töten wehrwölfe töten in der nacht und in der nacht passiert ganz viel sonderkram etc und am tag diskutieren wir wen wir töten wollen demokratisch und töten eine person genau die dorfseite gewinnt halt wenn keine wehrwölfe mehr da sind wehrwölfe gewinnen wenn keine leute mehr da sind es gibt aber auch noch die blauen karten und das sind special sachen da steht immer drauf wer gewinnt und wann wie was wo die haben ihre eigene ziele wie geil ist das denn hier wird jetzt fortdank mäßig gebaut ich kann man ist richtig schnell ich bin ein ballerina im wind ich kann doch mal mittelfinger zeigen es gibt ego jawohl oh jetzt sehe ich meine rolle jetzt nicht unbedingt aussprechen was ihr da gesehen habt soll ich nicht sagen dass ich ein werwölfe bin cupid's turn oh hallo okay was passiert der anästhesist ist tot ja wer will ich kandidiere ich kandidiere bei mir gibt es immer schlimmer ja der influencer hat jetzt gewonnen aber es geht weiter der rennt von mir sieht ziemlich wesentlich aus ich pass auf dem nicht nur weil ich schwarz bin müssen wir dann ein wenig du hast hörner bruder das db steht nämlich für der böse eben der böse der beste also hört auf oder deutsche bahn der ist unentschieden jetzt darf der bürgermeister entscheiden der stirbt ooooh 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 geht ganz schön schnell gerade ooooh 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 oró ooooh ooooh das wurde aber schnell Tuch Tuch ooooh in die Augen zugemacht wohns tuch wenn ich schwarz vor Augen wtechn gewirrte Есть eingeschlafen es wird das volk angehört das nachts wurde einer umgebracht woher weißt du das weißt du nur wenn du das habe ich gesehen ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht nett guten morgen ich hatte so ein leichtes das kann man aber nur hören wenn man wach ist so wer hat gesagt er hat ein messer gehört ich habe ein messer gehört habe ja moin ich bin der mayor ich finde du solltest ich muss ausgleichen ich habe keinen plan wie diktator funktioniert ich konnte nichts machen das können gerade nur alleine die leute einer von moritz und kawi ist pyromaner weiß was du bist weiß nicht wer der seer ist aber ich kenne seine rolle kenne aber eure beiden rollen du hast gerade gesagt du weißt nicht wer der seer ist du weißt aber was für eine rolle bems ist korrekt das weiß normalerweise der seer wenn du aber nicht weißt wer der seer ist bist du nicht der seer das ist nicht korrekt das ist nicht korrekt tatsächlich für dich der seer weil dadurch weiß ich ja was bems für eine rolle hat wenn wir wissen dass bems selten wehrwürf ist warum sollten wir irgendwen anders bei uns der weiße beuf ich hatte gerade die wahl ob ich mit mir das gravi gewinnt ob du gewinnst oder ob ich alleine gewinnt die kosten 290 jamm geh doch mal shut up and take my money kavi wie siehst du denn aus hallo 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 53 290 ist der franz nikler hat给我 hat gewählt als sie hanya der nachbarn als neue eine Buddhist sond den das ist 70 also ich würde sagen deswegen das ist das muss ich gut schlafen ja überlebt hat sich jetzt bekauft hat er ein grabe sehr mega geil kann man nochmal scheiße kaufen das ist ja schon was ich kauf mir und durchwerbung hat endlich davon ab mehr zu kaufen shut up and take my money ähm ähm what the fuck was ist hier los geh weg damit was ähm ähm ich hab keine ahnung was hält ich sehend gibt es eine jihadistenkarte ich glaube einer muss abwarten bis der counter weg ist mach du das mal ich hab keine ahnung bei mir stehen eine sekunde bei moritz drauf ähm what the fuck what the fuck tschüss hä tschüsschen ja easy easy tschüss was ist da gerade passiert was ist da gerade passiert ja eine runde neu ist bloß hat er wieder komplett random oder ja hat spaß gemacht geht das oh ja ja man kann warum hast du nur ne waffe tötet ihn er ist verrückt das skelett ist tot das skelett ist tot hat er gekotzt und ist gestorben aber mit einem fetten Grab ein schickes Grab alter oh also Bank und Bürgermeister ganz schlimm du oh nein Bank und Bürgermeister oh ja er wurde auch noch infiziert ja dann ist egal er stirbt sowieso was ist weh mein Kritiker ich stirb ihr geht beide zugrunde er gegen meine Schirmes ist gegen die Menschheit ähm er hat eine Waffe er hat eine Waffe nein what what is happening oh shit was war das jetzt gerade eine Menge Leute tot ja ich finde wir sollten den nächsten stürzen nicht mehr es ist ja wer von euch beides der pyroman so es ist zu tun auch lass meinen 2 in ruhe nein Ich mache ein lecker Sushi, ja, ja, komm her. Nein. Du kommst auf den Grill. Was ist denn die geile Banane? Eine Banane. In der Tat, eine Banane. Ich habe nicht gelogen. Es ist eine coole Banane. F. Mit einer Sonnenbrille. F für Respekt, Alter. F. Oh, nix zu sein, Gerrit. Oh, nix zu sein, Gerrit. Oh, nix zu sein, Gerrit. Humba, guck Gravian. Humba, guck Gravian, okay. Ich vertraue Pumba. Einige Fettschwein. Aber nee, der hat aber auch einen süßen Hasen. Den können wir nicht einfach so umbringen. Ja, aber er ist auch Asiate, der isst den bestimmt. Das kann ich nicht zulassen. Wir müssen ihn eliminieren. Wobei ist dann auch nicht unser Schwein weg. Also, das ist sympathisch. Eben. Ja, dann pass mal auf in der nächsten Nacht. Dann war es das mit Pumba. Dann wird Pumba zu Sashimi verarbeitet. Gut, ne? Achso. Nein. Mir geht's nicht gut. Irgendwas ist... Ja, sie hat eine Waffe. Oh, scheiße. Ruhig dich. Irgendwas. Ganz ruhig. Schwein kaputt. Oh, shit. Tu's nicht. Das ist nicht wert. Was war denn so? Heiß. Okay, aber das ist ein episches Grab. Also, größer ging's nicht, ne? Warte, bevor ihr mich votet. Paddy ist safe ein Wehrwolf. Das kann ich zu 100% sagen. Okay. Dann lass doch den töten. Er hat selber überzeugend gesagt. Mein Nachbar ist safe ein Wehrwolf. Okay, voll. Ja, aber die Konfeder, mit der er es sagt. Darum geht's doch. Ja. Hast du nicht gemacht, Paddy. Also. Oh. Was machen wir denn jetzt, da der Bürgermeister schläft? Ähm. Ähm, what? Was? Okay. Ach, dein Siegen. Wie führt? Ja. Nein. Steil, Ball. Wie führt? Paddy. Paddy. Dooooh. Das hat dir sogar 20 im Tor gegeben. Das ist doch cool. Ja. Spiel kostet zwei Euro, alle unsichtieren für 50 Euro. Nennt sich in die Zukunft investieren. Ja. Wer braucht Aktien? NFS. NFT. Need for Speed. Genau, das ist man hier. Need for Teet. NFTs? Need for Teet.